Okay, ich korrigiere mich, es hat nicht geschält, tut mir leid für die Unterbrechung. Ja, wie gesagt, ich warte auf meinen Polster, auf meine Schallpolster. Und, ja, hätte ja sein können, dass sie da sind, aber ich hab mich vertan. So, nehmen wir alles mit. Sehr schön, dann geht es jetzt auf Richtung Ahnengrab. Meine Güte. Puh, da ist ich außer Atem. Ja, da sind schon wieder die Skelette. Okay, ich würde gerne wieder versuchen, den Kampf nach außen zu tragen, also sprich, die Skelette wieder rauszuholen, da aus der ersten Kammer, weil das wird da drin sonst wieder so eng und das müssen wir uns ja nicht antun. Voraussetzung ist natürlich, dass wir irgendeinen Zauber können, Blitzbeschwören, das sollte an der Stelle mal reichen. So. Blitzbeschwören. Naja, was denn? Noch mehr Mana. 100. Achso, wir haben nur 100 Mana insgesamt, wir brauchen also einen ganzen Mana-Vorrat im Nachhinein. Immer noch eine Mana-Pflanze. So. Blitzbeschwören. Und. Erstmal ein Quick-Safe. Oh, die kommen schon. Da hab ich's auch schon gehört. Ja gut, dann. Lass es den Kampf beginnen. Ja, Thorald ist schon so mutig und schmeißt dich da einfach rein. Gut, ähm, dann, ja. Lass den Kampf beginnen, Leute. Dasselbe wie beim letzten Ahnengrab. Ich hoffe, wir werden das auch wieder ähnlich gut schaffen. Das hat wirklich... Da fängt jetzt schon richtig bekackt an. Oh, da ist es ja schon. Ähm, nur eine Kammer? Der ist er doch schon. Ich seh den da vorne doch. Okay, das ist doch komisch. Kleines Ahnengrab. Wahrscheinlich, weil da die Orks ja schon Arbeit genug waren, haben die jetzt wahrscheinlich gedacht, komm, dann tun wir dem Spiel hier mal was Gutes. Und machen dann da wenigstens nur eine Kammer rein. Mit der Hälfte von Skeletten. Weil es sonst einfach zu übertrieben ist. Ähm, ja. Mit dem Dämon da hinten, das war ja auch heftig. Das muss man ganz klar sagen. Und. Also. War schon was, was anderes, als was wir bis jetzt im Spiel so durchgemacht haben. Wenn nicht sogar das Schwierigste, oder? Ich meine, so ein Dämon und ein Schamane. War ja wirklich. Was sprengt da jeglichen Rahmen von. Unsere bisherigen so Ork-Gegner, die hatten jetzt auch nicht so diese Übermacht von wegen Magie und was weiß ich nicht alles. Und das sprengt wirklich, meiner Meinung nach, wirklich den Rahmen, in dem wir bis jetzt hatten. Aber. Okay. Finde ich eigentlich okay. War aber cool. War Abwechslung mit diesem, mit diesem Steinkreis da. War cool. Kann ich mich nicht beschweren, aber. Ich bin jetzt wirklich im Moment ziemlich froh, dass ich da im Internet gesehen habe, dass da dieser Steinkreis ist. Sonst hätten wir nämlich den Ahnenstein wieder nicht gefunden. Das wäre natürlich wieder blöd gewesen. Ach, der ist schon tot. Kann ich gesehen, dass der gestorben ist. Ja. Aber man muss im Nachhinein wirklich sagen, wir kommen gut voran, oder? Ist jetzt schon das zweite Ahnengrab. Und ich überlege wirklich mit Tore halt einfach alle zu machen. Das geht ja echt gut. Mit dem zusammen. Jetzt stürmt er da ganz rein. Meine Herren. Das kann wieder, das könnte schief gehen. Der rusht halt immer ein bisschen vor. Das ist ein bisschen blöd an den KIs. Ihr seht das da. Da hat er jetzt natürlich ja die ganzen Meute auf sich jetzt. Den ganzen Inhalt der Höhle. Dann müssen wir jetzt wieder durchrushen, indem wir wieder Gutes tun, indem wir die Bogenschützen ausschalten. Das ist jetzt wieder unser Job hier. Aua. Aua. Gut, so war es natürlich nicht geplant. Ja, solange Tore halt nicht stirbt, können wir theoretisch weiterkämpfen, wie wir wollen. Das sage ich ganz ehrlich. Da können wir auch gerne hier Fleisch verbrauchen. Können wir alles machen. Nur halt, Torelt darf nicht sterben. Das ist die einzige Voraussetzung, die es da gibt. An dieser Stelle. Ich meine, wir kommen hier mit dem Skelett noch gut klar. Das ist gar kein Problem. Torelt blockt da hinten, solange unseren guten Beric. Den toten Nord. Wer es vergessen hat, so weiß der ja hier. Ahnengrab von Beric. Ähm. Ja. Daher. Von mir aus geht's so weiter. Solange der da hinten durchhält und nicht stirbt. Da müssen wir auch immer, bevor wir speichern, da kurz ein Auge hinwerfen. Was der wirklich am Leben ist. Und dann können wir, meiner Meinung nach, hier ruhig so den Kampf weiterhin gestalten, wie er bis jetzt läuft. Das geht ja wirklich. Dann übernehmen wir gleich von hinten noch ein paar Skelette. Und... Aua. Aua. Aber okay. Skelett 1 tot. Kommt wieder eins angelaufen. So ist das super. Da kommt wieder ein Skelett. So übernehmen wir die da hinten langsam, aber sicher. Bis dann da hoffentlich nur noch der gute Beric über ist. Gucken wir mal eben. Lebt der noch? Ja, der lebt. Der schlägt sogar gerade. Dann können wir nochmal schnell speichern. Also, so geht's doch super, oder? So können wir von mir aus alle Angräber machen. Vorausgesetzt, alle bei allen funktioniert das so gut. Und bei keinem ist da irgendwie ein Magier drin oder so. Aber wobei, man muss sagen, ich denke mal, die werden dann alle so aufgebaut sein. Also, nehmt wirklich eure Mut zusammen. Die Angräber sind an sich wirklich gar kein großes Problem. Okay, ist perfekt genau das eingetroffen, was ich gehofft habe. Dass da hinten nur noch der gute Beric ist. Das heißt, wir können jetzt in Ruhe unsere guten, äh, sag mal schnell Skelette ausschalten. Vorausgesetzt natürlich, unser guter Thoralt stirbt da hinten nicht. Da müssen wir da auch keine Angst vor haben. Da. Komm schon. So, bleibt nur noch Beric über. Den ist hier zu zweit, die mangelt zunehmend auch gar kein Problem. Ja, und der hat auch noch ziemlich viel Leben. Okay, hat ja gut geklappt. Schlachtbeil. Okay, das hört sich brutal an. Gucken wir mal, Schlachtbeil. Waffen. Schlachtbeil. Diese Axt hat zwei Blätter, um den Schaden beim Schwingen maximieren zu können. Joa, fällt es ein bisschen wenig wert. Und ich würde sagen, bevor... Pfeile nehmen wir auch mit. So. So. Mach mich nicht schwach. Ach, das war's doch noch nicht. Da hinten sind noch ganz schön viele Skelette. Aber ich frage mich gerade, was das soll. Hier war doch der Beric schon. Was soll denn das jetzt? Was soll das? Was soll das? Bamm. Boah, das Skelett ist gestorben. Durch diese eine Attacke. Boah, was ist das denn da hinten? Da ist doch so ein riesiges Skeletthorde. Was soll das denn jetzt werden? Aua. Ja, kommt nur her. Okay. Jetzt wird es mir ein bisschen zu bunt. Och, Manu. Ich dachte echt, hier wäre jetzt nur diese eine Kammer. Jetzt haben die da hinten hinter einfach die zweite gebaut. Und Beric einfach in die erste reingesetzt. Also doch wieder genau das selbe Prinzip. Aua. Ich dachte echt, die wollen mir mal was Gutes tun. Ich habe mir schon gedacht, ey. Ich habe das Spiel echt gelobt. Ich habe gesagt, die haben an den Spieler gedacht. Und jetzt kommt raus. Es sind doch zwei Kammern, die haben einfach nur... Toll. Leute. Bitte. Danke. Nein. Ja, und das war's. Da will man einmal ordentlich kämpfen. Mit ein bisschen Taktik und dann kommt sowas. Also lassen wir es am besten beim nächsten Mal einfach sein. Okay, wo waren wir nochmal? Du hast es so gewaltt. Aua. Okay. Okay. Aua. 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 Mann. Das gibt's nicht. Die Bogenschütze sind wieder das Schlimmste. Aber jetzt können wir da nicht durchlaufen, weil das halt dieser enge Gang ist. Ärgerlich. Genau das passiert, was ich nicht wollte. Dass es sich in diesen engen Gang abspielt. Quicksave. Und jetzt heilen wir uns erstmal. Oh, was soll das denn? Non-Quicksave. Mann. Ich hoffe, das sind aber jetzt nicht mehr so viele Gegner. Oh, really? Oh, really? Kämpft ihr da? Jetzt kann ich mich darauf verlassen, dass ich mich hier jetzt in Ruhe regenerieren kann. Weil während wir mich so essen, regeneriert sich auch direkt unser Mana, unsere Ausdauer mit. Hat auch Vorteile. Das wäre nie. Okay. Was will ich erstmal wissen, sind hier noch... Ja, dann sind immer noch Skelette. Da sind sogar verdammt viele Skelette. Oh, Mann, ey. Aber hier war's das dann. Also doch wieder zwei Kammern. Also werden das in jedem Grab zwei Kammern sein. Darauf können wir uns jetzt schon festlegen. Okay, gut zu wissen. Ach, komm schon. Ja! Ja! Klar! Meine Güte, ey. Was für ein Witz. Gut, wir kriegen bald aber wieder einen Levelaufstieg. Was ist das denn jetzt? Nichts da. Nichts da. Was soll das? Mann, das gibt's doch nicht. Dass wir den wieder einfach nicht getroffen haben. Komm her. Blödes Skelett. Blödes Skelett. Blödes Skelett. Ausdauere generieren lassen und... Zack, 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 zack. Sauber. Gut, haben wir's doch. Gehen wir direkt den Arnstein reinsetzen. Ähm. Da, Huhnsockel. Ah, dort kann man etwas hineinstecken. Mhm. Arnstein benutzen. Geht doch. Okay, ruf in Nordmar plus 5. Jagdgeschick plus 3. Ruf beim Feuerclan. Okay. Dann nehmen wir die Sachen mal mit. Ring. Viel Gold. Verwandlungstrank. Nordmarer Nebelgeist. Okay. Ne alte Truhe. Goldbrocken, Silberpokal, Gegengift, Mana-Trank. Alles so. Ulala-Gedöns. Nehmen wir auch alles mit. Okay, haben wir das Grab aber im Nachhinein doch geschafft. Freut mich. Ähm, ich will aber nochmal sagen, die Reste, ich mach mal mit U-Golf. Ich suche Männer. Ich suche Männer. Du hast einen gefunden. Ich will die Mine des Hammerclans befreien. Ich brauche noch Kämpfer. Ich bin dabei. Ich werde dir folgen. Geh schon mal vor. Wir sehen uns am Versammlungspunkt. Alles klar. Gut, dann machen wir.